Ah, Sonne, Strand und ein kühles Bierchen für Papa. Was will man noch mehr? Wie war das, Jeffrey? Wir sind zum Arbeiten hier. Wir haben doch Urlaub. Schmäh den Leuten doch einfach den Trailer ab. Wie war das? Du hast den Trailer in der Garderobe? Schau mir in die Augen und wiederhol das. Wenn du nicht in 30 Sekunden diesen Trailer abspielst, war's das mit deiner Karriere. Na los, husch, husch! Ah, ich mag den Jungen. Zwei Kommissare, ein Schicksal. Eine Katze als Käpp, ein Kollege mit Sprachfeder, eine brillante Laborantin, ein dubioser Lebensspieler und jede Menge Explosionen und Pinguine. Lassen Sie sich entführen auf eine skurrile Reise durch sinnlose Abenteuer. Stehen Sie den Kommissaren bei, wenn Sie keines der geheimnisvollen Rätsel entschlüsseln können und auch sonst nichts gebacken kriegen. Nichts ist, wie es scheint. Keiner weiß, worum es geht. Alles geht schief. Nun denn, Licht an, Niveau aus und Manege frei für die Kommissare Leclerc und Lafotte. Was? Wir sind schon wieder zurück? Das war's? Echt? Jeffrey, ich hab dir drei Monate Zeit gegeben, einen Trailer anzufertigen. Und das ist es! Das lieferst du ab! Das ist ein Schlag in die Fresse für mich! Willst du mich schlagen, Jeffrey? Willst du mich fertig machen, verdammt nochmal? Alles ist mein Selberlachend. Gott! Alles klar. Also dann, kommen wir zum eigentlichen Trailer. Zwei Kommissare in einer Weltvollen Waffen. Ja, da wird Ballert und geballert. Die Russen. Ein Doppelagent. Pinguine. Ein Hamster. Eine Katze als Käpt'n. Das hatten wir schon, tut mir leid. Ein fliegender Zirkus. Ein... Ein Drache. Zwei Drachen. Ein Schwebesabrache. Was? Sie ist das... Unter Wasser. Atlantik. Statt. Lackstreckenraketen. Und am Mander. Ein Cyber. Und am Mander. Der Scheiße ist das Grat.